Musik Fischen auf blauem Margelin. Für viele ist das der Inbegriff des Big Game Angelns. Kein Wunder, wenn man die folgenden schönen Bilder sieht. Gemacht wurden sie übrigens auf der berühmten Brasilia vor der Azoren Insel Fayal. Musik Die Unterwasserbänke vor Fayal sind berühmt für ihre großen blauen Margeline. Nirgendwo sonst werden so viele Fische gefangen mit einem Gewicht von über 500 Pfund. Musik Musik Dieses Video stammt übrigens aus meinem großen Buch von Big Game Angeln. Es ist nun auch in elektronischer Form verfügbar als App für alle Android und Apple Systeme. Musik 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 Musik